So, ich erkläre, wie man Benachrichtigungen für einzelne Räume und für bestimmte Zeiten ausschaltet. Hier, Profil klicken und dann habe ich hier die Optionen und dann sind die Ruhezeiten meiner Meinung nach sehr spannend. Also wenn ich jetzt bei den Ruhezeiten bin, kann ich für bestimmte Tage sagen, von da bis da ist einfach Ruhe. Also da gibt es keine Nachrichten. Und was ich jetzt auch noch sehr spannend finde, da bin ich, also ich habe hier so verschiedene Räume und ich will, dass zum Beispiel dieser Raum einfach, da gibt es hunderte Nachrichten, will ich einfach gar nicht wissen. Also ich klicke auf den Raum und dann auf diese drei Punkte, dann habe ich Einstellungen, also auf die Einstellungen klicken und dann kann ich, also wenn ich bei den Einstellungen bin, auch hier die Benachrichtigungen nur für diesen Raum abschalten. Und dann stören mich die nicht. Und mit diesen Tricks lässt sich der Messenger eigentlich sehr gut benutzen.